So, wir sind auf dem Weg nach Essen. Weihnachtsmarkt abchecken, nach dem Hotel und so. Dies ist die erste Fahrt, also die erste längere Fahrt mit Rockin. Genau, stimmt. Neues Auto, aufgrund eines Auffahrunfalls, unverschuldet. Also Bertha hatte leider einen wirtschaftlichen Totalschaden. Und ich musste Bertha abgeben und es war wirklich immer noch sehr, sehr leid. Aber wir haben noch die Videos. Ja, wir haben die Videos und die Erinnerung an Bertha wird auch immer bleiben. Weil Bertha hat uns in diesem Jahr auch sehr, sehr gut und sicher überlegen gebracht. Sogar bis nach Disneyland und an so viele Orte. Mal gucken, was wir alles mit Rockin so erleben. Ja gut, also auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Essen, Weihnachtsmarkt. Und ich würde sagen, nächstes Video entweder im Hotel oder wenn wir noch irgendwo Rast machen. Schauen wir mal. Ja, bis dahin. Tschüss.